so kann man den noch zu d fahren dann machen wir das mal direkt einfach mal zu d fahren oh schon dunkel hier das war so ne offen er war hello dr isaiah friedlander speaking hey doc it's me michael how are you not good doc not good at all well we spend a lot of time over the years discussing how negative actions lead to negative thoughts as much as the reverse because of the compounding of your classical low self-esteem with your assorted sexual hang-ups the desperate search for the easy answer in life and your profound narcissism reality will have a habit of handing you a repeated kicking anyway what's up hell doc when you put it like that i'm afraid i ain't got much hope have you been acting out again michael you know up a little down doc so what about the problem areas okay well look the things are i gotta tell you doc they're awful i'm making bad decisions here and other people are picking up the tab for it my family left me i think won't even take my phone calls but but i did meet this guy solomon richards you might fucking believe that i'm a movie producer well i'm glad to hear things are looking up but you shouldn't look for validation outside of yourself validation isn't a label it comes from within any other violent outburst michael yeah i mean i've had good days doc but mostly they've just been really bad days they're doing really bad things you know hurting people you're a very sick man michael i'm doing all i can but we need more sessions there's a part of me doc i just can't seem to control hmm what about your sexual problems michael well you know i've been a good boy in that regard i'm making real progress doc we are making progress michael you're finally listening to me great so hey you know as you can see i'm kind of doing better you know not perfect mind you but better you know therapy can really help you michael which is why you should be really pleased with what you're doing but i'm gonna have to stop you there oh and there is one thing phone sessions are a little more expensive obviously obviously but so fulfilling let's speak again soon oh so 500 ich bin doch das 500 dollar für eine telefonsession warum sollen die teurer sein doch machen wohl ins the resources so wir wollen ja zum wunderschönen die ich ich habe nur noch ein fragezeichen die sind aber beide orange das sind halt was ich gekauft habe schon, ne? wir fahren mal zum d wuiuiui, das auto fahren wir aus der tastatur, ne? das ist immer so ein ding für sich der wird ja auch nicht mehr helfen jesus christ ich kann ja durch keine unatmung für zu bauen wer bin ich? was habe ich mit mir selber gemacht? der chaos trupp ist wieder zusammen hmmm, was gehts? du wirst du als trafiker, die Leute, du wirst du zwei die Leute, die ich weiß, und sehr intensiv warum? wir können die Fahrzeuge für die Fahrzeuge in asien du wirst du alles fertig sein, du wirst du alles gut gebeten du bist zu spät, sugartits ja, so was gehts? okay du wirst endlich auf die Kinder und die Kinder zu spät und wie ein künstler? der westerwärts-wärts-wärts-wärts-wärts die zwei Kinder lieben auf der Sonora-Freiwein Das klingt managbar. Hey, ihr zwei geht weiter. Let's go, Tee. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist, Homie. Mein Leben ist bereits der Weg aus der Kontrolle. Okay, schau, ich bin ein Darwinist-bruder, okay? Some prosper, und some struggle. Jetzt sind Sie aus Ihrer Geheimnis? Das ist Ihre Glückwunsch! Choose! Jetzt werden Sie das tun, oder haben Sie einfach gefunden? Ich denke, wir finden. Oh, jetzt bin ich eher. So schnell ändert sich das hier. So schnell ändert sich das hier. Schnauze. Äh, runter. Hoff ich. Ja. Die, 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 die. Schön auf der Autobahnrasen hier. Immer wieder ein Traum. Oh, ich bin richtig. Hoff ich bin richtig. Offensichtlich nicht. Okay, hab ich verstanden. Wir drehen um. I-E-E-N-E-N-D-E-N-D-T-C-T-T-L-G-A-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Das war's. Boah, ich sehe auch das ohr Boah, Frank ist richtig proton, ja Ich hätte ja gar kein Geld mehr Ich werde dich auf kommen durch Grape Seed Geh die Fahrer da, und sie gehen mit schnellen Hallo? Ich sage dir, 2.7 mm Okay. Das ist ja wie bei Need for Speed hier. Das ist ja wohl lang. Den ziehen wir so davon? Soll ich auch wirklich gewinnen oder soll ich einfach nur hinterher fahren? Okay. War jetzt nur Beschleunigung schlecht, aber eine Endgeschwindigkeit hole ich ein, ey. Warum ich das jetzt einsetzen soll? Ja. Ja. Ne. Ich bin wieder dran, ich bin wieder dran. War nur ein kleiner Schluck auf. Dann! Das ist kein Schatz! Ich versuche aber mal vorhin zu kommen. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll, weil irgendwie nichts gesagt worden ist. Also, wahrscheinlich schon im Text eben. Aber ich würde nicht wirklich zugehören, wenn ich ehrlich bin. Hey, wir kommen jetzt, Mann. Beide in ein paar Sekunden. Ich habe sie wirklich aus dem Kopf. Ja, vor kurzem, wir machen was an. Ich nehme den einfach. Ich glaube nicht, dass sie die Siren hören können. Wir müssen uns näher kommen. Warum ist der so schnell? Ja, genau der Werdosa, wo die Kopfschmerzen sind. Was ist denn mit dem? Ich glaube, das Reh oder was das war, hat es nicht überlebt. Was? Wird ich irgendwo mal anhalten? Ich komme nicht mal ran. Wir machen es nicht. Wir müssen doch lassen, mal was checken. Aber wir haben sie. Oops. Es ist ein Gerät. Ist das es notwendig? Geh lau. Geh die Autos. Geh die Autos! Hey! Hey, hey, hey! Wie geht das? Geh die Autos! Geh die Autos! Deine Klaue! Geh die Autos! Geh die Autos! So. Ich versuche schnell genug, um mit diesen Fohlen zu bleiben. Lass uns einen richtigen Rennen machen. Oh, du sprichst ein gutes Spiel. Okay, einfach nicht die Fahrzeuge. Wir sollen uns zurück wechseln. Wir sollen zurück fahren. Ich denke, wir sind hier, oder nicht? Ah, die Frau von vorhin. Devin's Assistant. Schön, dass du mit dir arbeiten. Ich bin Molly Schultz, Senior-Vice-Präsident und General-Konsul zu Mr. Weston's Holding Company. Und wenn du denkst, es ist gut, zu arbeiten mit commonen Thieves? Du hast die Fahrzeuge? Wow, das ganze Rezumé. Ja, wir haben die Fahrzeuge. Bring sie zu Hayes Auto auf Little Big Horn in South Los Santos. Mr. Weston und ich werden dich dort treffen. Hey, ich habe gerade mit Devin's Mann-Woman-Lawyer-Person. Ich werde warten bei Hayes Auto in South L.S. für die Idioten zu kommen. Ja, genau. So? Die einzige Sache, das zu herausfinden, ist, welcher von dir der Silber-Metal kriegt. Whee! Der Leed-Horse wird immer bis zum Ende. Hoppala! Ich habe irgendeine Geschwindigkeit, das ist einfach nur machtlos. Dann passieren einfach die Dinge. Ich habe einen Backflip gemacht. Haha, das ist eine Möglichkeit. Ja, wenn du so sagst. Du kennst, bevor ich dich kennst, ich war mit dem Rennen und Rennen. Es fühlt sich, als ob er in einem Zirkel gekommen ist. Komm schon! Ich habe einen Backflip gemacht. Alter, was? Ich habe einen Backflip gemacht. 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 Tatsächlich war das eher ein Frontflip. Und wo geht der Hund eigentlich? Das war dicht. Ha wie dicht, genau. Das ist der Hund. Ja, das ist. Schau ihn auf. Er ist die richtige Sache. Ich habe seine Hausse gesehen. Er kann Dinge passieren. Also, er möchte, zu dir, was du sagst? Ich sehe deine Hausse. Ich denke, dieser Mann kann mich zu Hause nehmen. Ja, vielleicht. Irgendwie so. Das ist gut, ja. Das ist gut, Mike. Was ist dein Ziel, Mike? Was meinst du? Wie, wie werde ich deinen Schein in dieser Runde gewinnen? Keine Angst, ich mache das. Ich meine, ist das nur ein Geräusch? Oder ist das andere Sache mit diesem Mann in dir? Ja, das fühlt sich komisch. Hey, ich versuche nur zu machen, was für Frank. Du weißt, helfen ihm zu machen, was er die Chance hat. Hey, wenn es das Mädchen gibt, Oh, I saw her first. Don't get too creepy, alright? She's a professional woman who's done a job. And leave it at that. Not all sexual harassment in the workplace, Tee. Not on my watch. I'm serious. Both of you. Back off her. Ich höre gar nicht zu, was sie da labern. Ich muss Auto fahren. Ja, zieh doch rüber. Hey, your car is still alright, right? Good to see you taking this seriously, Frank. Good management. If I'm finna do this, I'm finna do it right. So, uh, how are your car, Mike? Haha, my car is fine. Yeah, I hope so. Cause I'm in charge of this shit, and I will dock your pay. Hey, the stains on the seats were here when I got in. Oh, come on, Tee, man, please. Oh, come on, Tee, man, please. Ah, da sind wir alle. Gentlemen, I love you all. Oh, God, this is going to be fantastic. One kid and two old creeds. Who the fuck would have thought of it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now. Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the cars, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick. Follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right. So who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye bye gentlemen and stay spiritual. Oh, and Michael. I'll be in touch about your friend Solomon. All right, good. You're right. You're right. That's just coming out and they're going to get started. Interesting. Interessant. Wo ist meine Karre? Wow. Gegen das Gesetz. Am P-Stunden. Jetzt habe ich da ein wunderschönes L auf dem Ding. Und kein Auto daneben oder was? So. So. Jetzt geht es. Jetzt kann ich mal laufen. Ähm. Das sind Auflieger. So. Jetzt geht es. Jetzt kann ich mal laufen. Eine Parkgarage. Da gibt es bestimmt ein wunderschönes Auto. So. Ich bin unrealistisch. Ich meine es ist wahrscheinlich sowieso. Aber ja. Ne. Die sind kacke. Und dann noch ein bisschen Parking-Dingens. Und ich gehe nochmal in Höhe. So. 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 Komm. Scheiß drauf jetzt. Ich nehme die Karre hier. Die ist offen gewesen. Nice. Oh. Das L ist aber Franklin. Okay. Habe ich verstanden. Und das L ist auch Franklin. Dann habe ich mit ihm erstmal gar nichts mehr. Soweit. Äh. Wie viel Kohle hat er? Vielleicht kann ich keine Immobilie kaufen. Wenn ich Bock habe heute. 8000. Es ist auch Pleite hier. Ich glaube für 8000 kriege ich keine Immobilie. Ne. Ähm. Dann wechseln wir. Zwar auf Alten. Wir wechseln auf Franklin. Okay. Somrille ist cool. Den Rest würde ich gerne wechseln. Wo ist denn hier dein Schlafzimmer? Ja. Wahrscheinlich hier, oder? Ja. Draußen ist dein Schlafzimmer. Ne. Ich glaube ich muss runter, ne? Oh Gott. Ich habe mich noch nicht wirklich umgeguckt in seine Wohnung. Da geht es nicht rein. Das haben wir hier. Aber das ist ja unkleid, oder? Jo. Gucken wir es mal an was er hat. Komplette Office. Was? Gingster. Das nämlich vielleicht. Und zügeln. Hat der da... Ja komm wir nehmen das eine daheim. Ja komm wir nehmen das eine daheim. Ja. 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 Wo ist das Radio? Ja. Nun gucken wir mal, warum ich auch mich hier so grünchen grünen Dinge habe, keine Ahnung. Das L ist am nächsten da, dann machen wir das L. Das ist nicht so der erste Stelle wie die anderen Karten, die ich eben gefahren bin. Hey, yo, was ist passiert? Unser Freund, Poppy Mitchell, hat gerade in einer hohen Geschwindigkeit von den Kampen getroffen. Wie, wie gerade jetzt, Bro? Wahrscheinlich ist sie verbraucht. Geht nach ihnen! Mal sehen, ob ihr einen Schild von ihr getroffen habt. Was machen wir, das ist keine Zeit dafür. Wäre ich eine neue Mission reinbekommen? Keine Ahnung. Also, neuen Kontakt? Es?